Hallo, Armin Schaut mit einem weiteren Photoshop Tutorial zum Thema Color Lookups. Heute wollen wir uns mal genauer anschauen, was wir hier noch finden können in unserem Eigenschaftenfeld von einer Color Lookup Ebene. Hier gibt es drei Menüs. Bis jetzt haben wir immer nur dieses erste Menü verwendet. Dieses erste Menü ist quasi die Darstellung eurer Color Lookup Presets, die ihr in eurem Photoshop Ordner findet. Jetzt gibt es aber hier noch zwei andere Menüs, auf die wir noch gar nicht eingegangen sind. Das lohnt sich im Grunde auch nicht so doll, weil da vielleicht so zwei, drei Sachen drin sind, die wir verwenden können. Aber solange hier noch nichts ausgewählt ist, könnt ihr diese Radio Buttons hier vorne benutzen, um einen Dateidialog zu bekommen und dort ein LTU von eurer Festplatte zu laden. Das funktioniert also über alle drei Radio Buttons. Anstatt hier ins Menü zu gehen und hier ein 3D-LUT zu laden, könnt ihr das eben auch über diese Buttons machen. Okay, so jetzt gehen wir mal hier in das Menü darunter und wählen mal irgendeinen aus, zum Beispiel Gold, Crimson. Und warum haben die jetzt da verschiedene Menüs gemacht? Das hat damit zu tun, dass diese Menüs sich auf verschiedene Ordner beziehen. Und wenn ihr das jetzt mal in eurer Volltextsuche sucht, dann werdet ihr in diesem Ordner hier landen. Bei Windows ist es natürlich anders, also da gibt es keinen Application Support, der heißt irgendwie anders, der Ordner, ich vergesse das immer wieder. Aber dann landet ihr irgendwann bei Adobe, bei Color, bei Color und bei Profiles. Und hier liegen ICC-Profile drin. ICC-Profile sind natürlich normalerweise Geschichten, die man zum Beispiel benutzt, um ein Monitor-Profil zu laden oder auch für andere Anwendungen. Ich habe jetzt nicht herausfinden können, wann und an welcher Stelle Photoshop diese Profile verwendet, aber wundert euch nicht, auf Windows sind hier andere Profile drin. Also ich habe gehört, weniger, keine Ahnung. Also das soll euch jetzt auch nicht kratzen, weil diese Profile werdet ihr eh nicht so oft benutzen. Aber dieser Profilordner, der sieht auf Macintosh und Windows anders aus. Obwohl ich das selber noch nie gesehen habe, habe ich das aber gelesen. Okay, deswegen sage ich euch das jetzt, dass ihr euch nicht wundert. So, und jetzt könnt ihr hier die verschiedenen Geschichten ausprobieren, genauso wie ihr das hier oben auch ausprobieren könnt. Ja, die müsst ihr alle durchprobieren, um zu wissen, welche da sinnvoll sind. Zum Beispiel dieser Smokey hier, der ist nicht falsch. Diese Gold-Geschichten sind nicht falsch. Und da gab es noch irgendwas mit, wo war denn das nochmal hier? Ist da, weiß ich jetzt auch nicht, auch egal. Okay, jetzt gehen wir aber auf die eigentlich spannende Geschichte ein. Ihr werdet nämlich, wenn ihr in dieses Menü guckt, auch wenn das jetzt euer Standard-Menü ist und ihr hier keine eigenen drin habt, dann seht ihr, dass es hier verschiedene Dateiendungen gibt. Einmal Look und einmal 3DL und einmal Cube, ja. Und jetzt nehmen wir mal einfach ein Cube-Format. Oder wir machen es mal ganz anders. Wir nehmen jetzt mal dieses Froggy Night 3DL. Das ist ja meine Lieblingsgeschichte. Und so sieht das dann aus, ja. Wenn ihr aber jetzt einmal gesehen habt, dass es beim Cube-Format mehr Optionen gibt, auf die will ich nämlich jetzt eingehen, dann könnt ihr nämlich folgendes machen. Ihr könnt eure Lieblings-Color-Lookups nehmen, also zum Beispiel Froggy Night 3DL. Und das ist dann einfach neue Datei, neue Einstellungsebene, Color-Lookup 3DL. Und dann könnt ihr das exportieren als im Cube-Format. Ja, und hier seht ihr ja diese verschiedenen Dateiformate. Das heißt, wenn ihr hier alle ankreuzt, dann bekommt ihr vier verschiedene Dateiformate abgespeichert. Aber wenn ihr jetzt das Cube-Format nehmt, dann landet ihr jetzt hier bei diesem Froggy Night Cube. Und die beiden sind identisch, nur dass das jetzt ein anderes Format ist. Und dieses Format, das hat hier noch weitere Möglichkeiten. Ja, und zwar geht es darum, wie die Tabelle ausgelesen wird, in der diese Daten hinterlegt sind. Ich zeige nochmal, wie so eine Tabelle aussieht. Das ist zum Beispiel jetzt ein Cube-Format. Okay, so sieht das aus. Und da ist eine riesige Tabelle mit RGB-Werten. Ja. Die werden quasi über das Bild gelegt. Das heißt, das Bild wird analysiert und dann werden diese Werte, die hier stehen, also die veränderten Werte im Gegensatz zum Original, werden da eingetragen. Witzigerweise, das nur mal nebenbei, Photoshop für Nerds Teil ist das jetzt. Wenn ihr das hier binär lest, diese Zahl, also Domain Max, dann kommt da 42 bei raus. Okay, also in der Dezimalschreibweise, was ja bekanntlich der Sinn des Lebens ist. Okay. So, jetzt habt ihr die Tabelle gesehen und jetzt sagt er mir, ich kann die Tabelle anders lesen. Nicht als RGB-Werte, sondern als BGR-Werte. Das heißt einfach, dass blau zuerst gelesen wird und rot als letztes gelesen wird. Und dann sieht das Bild so aus. Ja. Ihr könnt aber auch die Tabelle andersrum auslesen. Also nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Und dann sieht die Tabelle so aus. Ja. Das heißt, wenn ich die jetzt kombiniere, hier diese Buttons, habe ich gleich vier verschiedene Looks. Ja. Die sehen halt sehr unterschiedlich aus. Das muss man dann halt für Fall zu Fall. Ah ne, bei Look geht das ja nicht. Jetzt habe ich diesen Bug schon wieder. Den wollte ich gar nicht zeigen. Ähm. Nehmen wir mal irgendeine andere. Ich nehme mal eine von meinen eigenen hier. Weltuntergang habe ich die genannt. Ja. Und das, da sieht man zum Beispiel einen sehr großen Unterschied. Ja. Dann seht ihr, wahrscheinlich wird hier jetzt irgendwas orange unten eingefügt in den grünen Tönen. Und jetzt drehen wir das einfach um. Und jetzt habe ich in den Blautönen plötzlich diesen Orangeton. Und das ist natürlich nicht uninteressant. Das heißt, wenn ihr, sagen wir mal, zehn Cube-Formate in eurem Ordner habt, habt ihr im Prinzip 40 Cube-Formate. Weil ihr könnt die auf 40 verschiedene Arten und Weisen auslesen. Ja. Das ist eine ziemlich interessante Geschichte. Die allerdings dann auch von Hölzchen auf Stöckchen führt. Weil wenn ihr das jetzt jedes Mal irgendwie ausprobiert, dann dauert das natürlich ein bisschen. Das heißt, man muss mit der Zeit einfach rausfinden, bei welchem Cube-Format sich das lohnt und wo da interessante Einstellungen sind. Das ist alles eine Erfahrungsgeschichte. Das kann ich euch jetzt im Einzelnen nicht sagen, weil ich ehrlich gesagt das auch nicht so oft verwende. Aber das zu wissen ist natürlich ganz cool. Und dieser Dizzer-Button, der bezieht sich einfach, das findet ihr auch in verschiedenen anderen Photoshop-Zusammenhängen. Dizzer bedeutet einfach, dass da so eine Art Krisseln, so eine Art Rauschen rübergelegt wird, dass man allerdings nicht sehen kann, sodass Bandings vermieden werden. Weil Bandings natürlich irgendwie sehr ärgerlich sind und gerade bei LOTs auch, wenn sie extremer sind, irgendwie auftreten können. So, ich glaube, das war jetzt alles, was ich dazu sagen konnte. Ich hoffe, euch hat das geholfen. Wenn ihr denn noch mehr Wissen habt für die verschiedenen Formate und ihr das vielleicht mal besser recherchiert habt, dann schreibt mir das doch in die Kommentare. Euer Armin Staud.